willkommen zu einer weiteren folge der skyline wir haben arge probleme mit abwässer und strom die wir sofort an angriff nehmen und erstes wenn man die abwässerung abwässer leitung leistung erhöhen 1 klärwerk 2 schaue nach kraftwerken das werden wir erst mal kraftwerke richten ein weiteres volarkraftwerk so züge fahren auch autoverkehr hat sich ein bisschen entspannt und dabei haben wir 35.000 einwohner wir werden mal hier bis ein bürogebäude einbauen bis ein bürogebäude ein bisschen woher umschaffen so sieht züge waren angenommen wo ist das am mächtigen mächtigen schwitzen was ich persönlich verstehe wie sie alle hier lang wollen und da was ich was ich das ist ich es ist Und hier ist ein Dingshorn, ein Kümmeratorium. Ein Schloss-Wern hier. ich weiß ich fleißig wieder zurück zu klärdecke arbeiten auch ganz gut aber wir wollen den bild ausbauen die zeit nicht machen können über das dreh werden wir auch mal uns kümmern lagerhaus forst da muss doch irgendwas geben für recycling da ist noch nicht so weit bis zu den mittel und gebieten straßen die polizei sieht gut aus gefängnis hier haben wir keine bildung bzw wenig und die haben wir hier grundschule schlecht auch ohne gesagt dann machen wir mal eine grundschule eine oberschule auch gleich das reicht noch nicht ganz belegt belegt was machen wir hier ran das ist der wahnsinn jetzt haut es auch gerade so hin geht das mal ein runde packen das war mir angeschlossen andere insel ein kleines gebiet hier hier wir haben am rettigalen Bauernhof hier 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 da muss man nur hell werden da haben wir ein feuerchen die autobahn läuft soweit ansonsten fahren die ziel ganz gut was auch auch etwas hier ist etwas noch aber sie noch eingezogen anpassen ansonsten gesundheit ok schmutzung nahverkehr das läuft auch import wahlprodukte agrarprodukte waren nicht export waren die die funk abdeckung ok da kann man was tun das heißt warte was gleich überall die 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 unternehmen erbien sensor das gibt es noch schönes wetter der der was es alles gibt jetzt kann man alles was das zu nahm mit spät aber da hat jemand kein wasser und keinen stroh nicht Postämter. Jetzt schauen wir mal Postämter. Bildung. Das ist Gesundheit. Transport. Parkplätze. Passämter. I'll postämter my microphone. My microphone's a little bit. So. We're on K2 what's happening here. wegbekommen das dreh Oh, cool skateboard. tja industrien nach freil diesen groß das war es für die heutige folge ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mir einen like freuen gerne ein abo und sehen uns gerne in einer weiteren folge zu die skyline ein abo und sehen uns beim nächsten mal